Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du echte Freunde in der Oberstufe findest und wie du somit deine Schlurfbahn wesentlich angenehmer gestaltest. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auf dem Weg zum Traumabiturschnitt bist du natürlich nicht allein. Wenn dir das bisher nicht aufgefallen ist, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal im Unterricht das Handy mal zumindest für ein paar Minuten wegzulegen und dich ein bisschen umzusehen, denn in der Regel sitzen da 10, 20, 30 andere Menschen, die irgendwie auch versuchen, gute Noten zu schreiben oder zumindest irgendwie durch die nächste Stunde zu kommen. Und diese Menschen sind alle unterschiedlich. Vielleicht bist du in einer Jagenstufe, wo du denkst, hey, die sind alle voll cool und ich freue mich jeden Morgen irgendwie in die Schule zu gehen und mit denen allen zu sprechen und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die denken sich, boah, irgendwie noch eineinhalb Jahre und dann sehe ich die alle nie wieder. Können wir gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Typ ihr seid. Und die Frage ist natürlich, wie schafft man es dann in der Schule und in der Oberstufe auch wirklich einfach gute Freunde zu finden, Freunde, auf die man sich verlassen kann, Freunde, die einem vielleicht auch in gewissen Situationen helfen und vor allem auch Freunde, die vielleicht auch über die Schulzeit hinaus bestehen, weil das ist immer eine der Sachen, die ich meinen Abiturrenten sage, wenn ich sie betreue, dass es einfach so ist, dass nach der Schule fällt alles auseinander. Also es fällt einfach komplett alles auseinander. Also ich sage immer, wenn du zehn Freunde hast, von denen du denkst, die bleiben dir auch nach der Schule noch, bleibt dir meistens danach noch genau eine Person davon. So nach sechs bis zwölf bis 18 Monaten alle weg. Alle weg. Du hast keinen Kontakt mehr mit denen. Es ist einfach so. Es ist sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie eng der Kontakt ist, aber das sollte man sich bewusst machen. Deswegen allererster Punkt an der Stelle schon mal, wenn du jemand bist und du hast das Gefühl, boah, das ist alles so schlimm hier und am liebsten würde ich gar niemanden sehen. Ja, wenn du jetzt in der Position bist und sagst, es gibt hier überhaupt niemanden, den ich mag, dann ist es meiner Meinung nach nicht mehr schlimm. Es wäre natürlich schön, wenn es anders wäre, aber die Schulzeit wird schneller rumgehen, als du schauen kannst. Ja, das heißt, wenn du jetzt nur noch ein Jahr hast und du von dir selbst auch gar nicht sagst, hey, ich möchte auch gar nichts verändern, ich will eigentlich nur einfach mein Abi und dann raus hier, dann würde ich dir auch einfach empfehlen, warte auch einfach ab. Ja, weil du musst dir keinen Kopf darüber machen, was diese Menschen über dich denken. Du musst dir keinen Kopf darüber machen, was das für die Zukunft bedeutet, weil wenn du ohnehin keine enge Verbindung mit irgendjemandem hast, du wirst dich einfach alle nie wieder sehen. Du wirst dich nie wieder sehen. Ich glaube, ich bin jetzt seit zwei Jahren aus meiner Schule raus und ich glaube, ich habe vielleicht von den über 100 Leuten, mit denen ich zusammen in der Jagenschule war, vielleicht acht, neun, zehn von denen nochmal gesehen. Und mit gesehen meine ich einmal kurz am Bahnhof oder irgendwie sowas. Deswegen ist es wirklich extrem wenig, wenig, wenig. Das heißt, macht dir da schon mal keinen Kopf. Das bedeutet gleichzeitig aber auch für diejenigen, die zum Beispiel ziemlich beliebt von euch sind oder zumindest einen gewissen Freundeskreis in der Oberstufe haben. Macht euch auch bewusst, wer von denen ist jemand, der garantiert nach dem Abi auch noch bei dir sein wird und wer wird es nicht sein. Und da ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie eigentlich schon gesagt, du wirst es wahrscheinlich überschätzen. Du wirst wahrscheinlich sagen, ja okay, die auf jeden Fall und der und der und der und die und die. Nee, es sind meistens wirklich nur ein bis zwei Personen. Also, mehr sind es in der Regel nicht. Das Problem ist, warum wir oft das Gefühl haben, oh ja doch, das sind doch meine echten, guten Freunde, weil ihr die ganze Zeit miteinander verbringt. Aber wenn wir realistisch sind, verbringst du mit diesen Personen nicht zwangsläufig deswegen Zeit, weil du sie so sehr magst, sondern deswegen, weil die Schule euch jeden Tag wieder zusammenbringt. Du magst diese Person vielleicht innerhalb der Jagenschufe am meisten und weil du vielleicht ansonsten, man hat ja sonst, ich komme ein bisschen auf anderem, ob man noch im Sportverein oder sonst irgendwas ist, aber ansonsten hat man ja meistens nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Schule, weil die Schule einfach gerade in der Oberschule einfach eine riesige Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen denkst du halt, dass die Menschen, die in dieser Jagenschufe für dich am coolsten sind, auch die sind, die dann nachher im Leben für dich am coolsten sind. Aber du wirst dich einfach weiterentwickeln, du wirst noch näher an deine echten Interessen rangehen und dann werden die Menschen, von denen du davor dachtest, wow, mit denen chill ich die ganze Zeit, das sind meine Freunde, werden auf einmal Menschen, mit denen du halt mal in die Schule gegangen bist. Und das sollte man sich bewusst sein, weil es auch meiner Meinung nach ein bisschen die Perspektive richtig stellt auf die Freundschaft. Das Wichtigste, was man meiner Meinung nach tun kann in der Oberstufe, ist mit ein bis zwei Personen eine richtig enge Freundschaft zu entwickeln. Und das ist jetzt eben auch der Knackpunkt dieses Videos her, wie du diese echten Freunde findest. Und zwar überleg dir einfach die folgende Sache. Wenn ich nicht mit dieser Person in einer Jagenschufe wäre, wenn wir nicht durch die Schule zusammengebracht werden würden, jeden Tag wieder und auch in der Vergangenheit bereits schon, wodurch vielleicht wir uns vertrauter uns jeweils sind, was würde uns dann noch zusammenhalten? Und wenn du dir diese Frage mal stellst, merkst du, wie unglaublich dünn das wird. Es ist unglaublich dünn. Vielleicht auch nicht, da gelten auch nicht die Jokes über die Lehre oder was auch immer, oder was ihr gemeinsam erlebt habt. Das zählt schon, aber es wird nicht mehr so relevant sein in der Zukunft. Sondern wirklich, habt ihr gemeinsame Interessen? Wollt ihr das Gleiche studieren? Wollt ihr in die gleiche Stadt ziehen? Und zwar nicht in die gleiche Stadt ziehen, weil ihr euch jetzt kennt und deswegen zieht ihr mal gemeinsam in die gleiche Stadt, sondern seid ihr beide zum Beispiel voll die Berlin-Fans oder keine Ahnung was? Oder macht ihr beide genau den gleichen Sport und wollt den auch in der Zukunft weitermachen? Nach dem Abi ändert sich so viel. Deswegen seid euch auch bewusst, dass nur, weil ihr jetzt gerade gemeinsam im Fußballverein seid, in eurer Stadt, wenn ihr dann fürs Studium wegzieht, hört ihr vielleicht beide mit Fußballspielen auf und auch diese Gemeinsamkeit fällt weg. Und dann merkt ihr mal, wie wenig Gemeinsamkeiten eigentlich überhaupt noch übrig sind. Und deswegen fragt euch wirklich mal und ihr müsst ja deswegen jetzt nicht radikal irgendwas ändern. Ja, es geht meiner Meinung nach nicht unbedingt darum, in der Oberstufe schon die Freunde fürs Leben zu finden, weil es kann auch einfach super, super wertvoll sein, dass du Leute einfach hast, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du Hausaufgaben abschreiben kannst oder sonst irgendwas, vielleicht auch irgendeine Schmal machen kannst, auch in dem Bewusstsein schon, dass das vielleicht später mal nicht mehr zusammenhält. Ja, das heißt, auch da werde ich diesen Begriff echte Freunde ein bisschen relativieren. Weil, was ich jetzt auch nicht möchte, ist, dass Leute durch dieses Video vom Anfang anfangen, oh Moment, mit denen werde ich nach der Schule nichts mehr zu tun haben, jetzt will ich mit denen keine Zeit verbringen. Nein, ich habe mit vielen, mit ein paar Leuten echt geile Sachen gemacht, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Und das ist super fein so, ja. Das war einfach eine geile Zeit und so war es dann. Aber das ist eben auch das Wichtige, dass dir das klar ist. Deswegen frag dich, okay, mit wem, wer ist ein echter Freund, mit wem werde ich langfristig vielleicht auch, oder will ich auch wirklich noch was zu tun haben und wer ist jetzt einfach ein Schulfreund? Und das ist genauso okay, das ist genauso cool. Nur, in dem Moment, wo du die Person als Schulfreund siehst, kannst du halt auch, ähm, dementsprechend mit ihr umgehen. Ja, da kannst du halt noch mehr Jokes machen oder was auch immer. Ähm, ähm, und vor allem auch diese Zeit genießen, auch wenn du weißt, dass das vielleicht nicht mehr halten wird. Was ich euch abschließend noch als eine Sache mitgeben möchte, die an die Ferien vielleicht nicht denken, weil wir, dadurch, dass wir vielleicht auch über Jahre durch die Klassen hindurch immer in den gleichen Gruppen geblieben sind, durch diese Krüppchenbildung, die passiert, ist es oft so, dass du einfach die ganze Zeit immer nur mit den gleichen 4, 5, 6, 7 Personen, ähm, in Kontakt trittst, obwohl dein Jagenstuhl vielleicht aus 100 Personen steht oder 60 oder 120 oder wie auch immer, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Deswegen, hab auch gerne mal den Mut in dem Bewusstsein, dass du die meisten nach dem Abi eh nicht mehr sehen wirst und geh einfach mal auf andere Leute zu. Setz dich einfach mal in deine Mittagspause neben irgendjemanden und fang einfach das Quatschen an, weil du denkst, du kennst die Leute, weil du sie seit 6 Jahren durch den Gang schleichen siehst, aber du hast noch nie ein ernsthaftes, interessiertes Gespräch mit denen geführt. Vielleicht hat dir eine Person irgendein cooles Hobby, von dem sie aber niemanden erzählt oder die Person hat ein Interesse, was nur ihre 4, 5 Freunde kennt, aber weil du nie mit ihr gesprochen hast, weißt du das gar nicht. Deswegen meine Einladung, geht gerne mal einfach mal auf ein paar Leute aus eurer Jagenstufe zu und schaut, ob da vielleicht viel eher diejenigen, die ihr noch nicht kennt, Potenzial haben, auch langfristig echte Freunde von euch zu sein, anstatt die Schulfreunde, von denen ihr bisher dachtet, dass sie auch langfristig eure echten Freunde bleiben werden. Deswegen, das als Anregungen, könnt ihr mir gerne auch zu diesem Video in ein paar Tagen, Wochen zurückkommen und dann kommentieren, was das Ganze bewirkt hat und was passiert ist. Bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was gerade so eure Freunde-Situation ist in der Oberstufe. Würde mich sehr, sehr interessieren, wie da so die sozialen Konstellationen sind. Und ansonsten, denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.